Nur, dem von Stecks gehören einige Galerien. Große Galerien! Ich sage nur, Salve, Dorf, Picasso! Deshalb kann ich es mir auch leisten, Luxuszeichen zu verwenden. Riechen Sie mal! Johannes-Bermit-Zimt und einer Riese-Vanille. Vanille ist ein schönes Wort, nicht wahr? Auf den Kemen-Irads. Sie kennen die Kemen-Irads. Auf den Kemen-Irads habe ich eine Firma für. Ski-Unterwäsche für. Mollige Daumen. Und jetzt dürfen Sie dreimal. Nein, jetzt dürfen Sie einmal raten, wie diese Firma leistet. Und ich sage es Ihnen. Vanille, Mut. Wie finden Sie das?